Ja, Luca, also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, ja, also Freiburg war nicht so gut, dann bist du nach Essling gekommen und dann ging es los. Also Wirtschaftsingenieur, Studium, verleiht Flügel sozusagen, ohne jetzt hier einen Werbehoch zu missbrauchen. Hoffentlich nicht von der Konkurrenz. Ne, mir hat es wirklich geholfen und ich glaube, dass es vielen guttun würde, mal die Birne ein bisschen anzustrengen. Einfach ja, der mentale Ausgleich ist super wichtig. Also mentaler Ausgleich nimmt es auch ein bisschen Druck vom einen vielleicht, wenn man nicht ganz auf die Sportkarriere... Wenn alles super läuft im Sport, dann ist es natürlich kein Problem. Und dann ist es für mich auch manchmal, dass ich denke, jetzt muss ich da noch studieren und eigentlich könnte ich jetzt auch ins Kaffee. Und das den ganzen Tag lang. Aber wenn es halt nicht so gut läuft und dann man sich fragt, ja, kriegt man nächstes Jahr noch einen guten Vertrag, wird es weiterhin so gut laufen, dann ist es natürlich genau der Punkt, den du ansprichst, das, dass es ein bisschen Druck nimmt. Und ja, die Ablenkung an sich ist einfach auch gut. Und ich meine, es macht auch Spaß und mir wird es sicher viel bringen, wenn ich ein Bachelorstudium habe. Zumindest mal. Das glaube ich. Bleibt uns erhalten. Also als Alumnus auf jeden Fall. Ich habe euch schon gesagt, also wenn du fertig wirst, machen wir was Spezielles. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020